Ich war Kurt und wollte heute mal so eine kleine Stunde, wie wir sonst auch Freitags Freaking trainieren, ein bisschen vorstellen. Wir machen einfach ein freies Training. Sieht gut gerne nach uns schauen. Wenn ihr Fragen habt, gerne von mir oder von den Trainern. Können wir auch ein bisschen darüber sprechen. Ansonsten geht es vor allem heute ein bisschen um die Airtracks. Die haben wir jetzt ganz neu bekommen. Deswegen vorher da ein großes Dankeschön an Doris Neu. Die Mitarbeiter ist schon seit Jahren im Bereich Parcours und Tricking. Vielen Dank. Sie hat es jetzt möglich gemacht, dass wir den Tag haben und dass wir die Airtracks bekommen haben. Und da sind wir auch ganz froh. Können wir ein bisschen trainieren. Ja, also viel Spaß. Dankeschön. minimizing die Eincher bricht. Entschuldigung Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.